Werden Sie zu einem darmischen Menschen Meinen Glückwunsch! Über die Grundlagen verfügen Sie nun. Sie wissen, wie man meditiert, Sie wissen, warum Sie meditieren, und wahrscheinlich haben Sie längst erfasst, dass es hier nicht darum geht, auf einem Meditationskissen zu sitzen, sondern sich in erhöhter Alltagspräsenz und Wachheit zu üben. Darum möchte ich jetzt den thematischen Schwerpunkt ein wenig verschieben, und zwar hin zu folgender Frage. Wie können Sie, wenn Sie vor Meditationskissen aufstehen, ein wacherer Mensch sein? Entscheidend für eine geglückte Praxis ist, wie Sie die Qualitäten, die Sie in der Meditation kultiviert haben, im Alltag zum Tragen bringen. Anders ausgedrückt, den Dharma, die Lehren des Buddha zu studieren, fällt nicht sonderlich schwer. Sie zu verkörpern, ist eine ganz andere Geschichte. Möglicherweise haben Sie erlebt, dass sich das regelmäßige Meditieren in ein paar subtile Veränderungen in Ihrem Alltag niederschlägt. Als Ihr Date Ihnen neulich abends persönliche Dinge von sich erzählte, waren Sie mehr bei der Sache. Oder Sie sind freundlicher zu Ihrer Mutter. Vielleicht, weil Sie meditiert haben? In dem Sinn werden Sie bereits zu einem dharmischen Menschen, zu jemandem, der diese Meditationspraxis verkörpert. Ein dharmischer Mensch zu werden bedeutet nicht, dass Sie sich aufspielen und versuchen, etwas vorzugeben, was Sie nicht sind. Weil Sie meditiert haben, sind Sie nicht erleuchtet oder ein Guru, der ausgesendet wurde, damit er alle anderen aus Ihrer Verwirrung errettet. Vielmehr bedeutet es, dass Sie an sich arbeiten und, hierauf kommt es an, zunehmend in Einklang mit sich selbst gelangen. Die Vorstellung, zu einem dharmischen Menschen zu werden, beinhaltet genau das. In einem längeren Prozess entwickeln Sie ein feineres Selbstgewahrsein, fühlen sich zusehends wohler damit, der Mensch zu sein, der Sie sind, und werden sich Ihrer angeborenen Befähigung zum Erwachen immer klarer bewusst. Das ist mit »die leeren verkörpern« gemeint. Tökyam Trungpa Rinpoche hat 1979 in einem Vortrag dargelegt, was es heißt, ein dharmischer Mensch zu sein. Dabei nahm er Bezug auf eine Reihe ganz traditioneller Unterweisungen aus der Kagu-Linie des tibetischen Buddhismus, einer sehr alten Überlieferungslinie. Hier sind die sieben Eigenschaften eines dharmischen Menschen aus Trungpa Rinpoches Unterweisungen. Leidenschaftslosigkeit Ich muss zugeben, der Begriff »Leidenschaftslosigkeit« könnte verwirrend wirken. Als dharmischer Mensch macht man die Erfahrung von Leidenschaftslosigkeit. Das bedeutet freilich nicht, dass man nicht leidenschaftlich gern anderen hilft, sich selbst zum Vorteil verändert, die Welt rettet und dergleichen mehr. Im Grunde heißt es, dass sich ein dharmischer Mensch Situationen, die emotional verwirren, nicht entzieht. Direkt im Anschluss an die Einführung dieses Begriffs hat Trungpa Rinpoche über Langeweile gesprochen. Langeweile versuchen wir stets zu vermeiden, stimmt's? Wenn Sie nach Hause kommen, schalten Sie vielleicht gleich Musik ein oder den Fernseher, bloß um abgelenkt zu sein. Oder beim Warten auf den Bus oder Zug holen Sie Ihr Smartphone raus, das praktische kleine Gerät mit den unwahrscheinlich vielen Möglichkeiten sich, mit Spielen, dem Internet, Texten von Ihren Freunden und vielem mehr, die Zeit zu vertreiben. Durch technische und andere Mittel sind wir im Vermeiden von Langeweile sehr gut geworden. Lange vor der Smartphone-Ära hat Trungpa Rinpoche uns auf diese Tendenz aufmerksam gemacht. Die Tendenz, das lösen zu wollen, was er unser Langeweile-Problem genannt hat. Von Leidenschaftslosigkeit sprach er in dem Zusammenhang, um zu verdeutlichen, dass wir sehr wohl die Erfahrung von Langeweile machen oder andere Emotionen erleben können, ohne uns ihnen zu überlassen bzw. ihnen zu erliegen. Wir können einfach da sein, was auch immer geschehen mag. Man muss sich, wenn einem nicht wohl zumute ist, nicht immer gleich in das Geschehen einschalten und versuchen, etwas zu unternehmen. Sind Sie beispielsweise in einer schwierigen Situation, dann müssen Sie nicht versuchen, alles perfekt hinzubekommen. Ungeachtet Ihres Unwohlseins können Sie sich entspannen. Die Fähigkeit, in emotional anspruchsvollen Situationen schlicht da sein zu können, ist eine der Eigenschaften eines dharmischen Menschen. Zufriedenheit Die zweite Eigenschaft, die Sie kultivieren können, um ein dharmischer Mensch zu sein, ist Zufriedenheit. Hier geht es vor allem darum, gut damit leben zu können, wer Sie sind. Unendlich viel Vertrauen in die eigene Gutheit haben. Das bringt Sie zu der Einsicht, dass Sie in Ordnung sind. Ihnen wird klar, und insofern basiert diese Eigenschaft auf der vorherigen, dass Sie nichts in Ordnung bringen oder unternehmen müssen. Zufriedenheit findet man genau in dem Moment. Trungpa Rinpoche erläutert diesen Gedanken, indem er sagte, dass Sie nicht über sich hinaus zu wachsen brauchen. Sie brauchen nichts daran zu ändern, wer Sie sind, sondern können ganz entspannt Sie selbst bleiben. Das ist die eigentliche Bedeutung von ein dharmischer Mensch sein. Treten Hindernisse auf, und das ist immer der Fall, müssen Sie nicht ausflippen und gleich dafür sorgen, dass alles wieder in Ordnung kommt. Sie können sich auf eine Situation einlassen, ohne darüber zu urteilen, was geschehen muss. Können einfach präsent sein bei dem, was geschieht, und dabei möglichst geschickt auf das, was ist, eingehen. Derartige Szenarien hat Trungpa Rinpoche gemeint, als er sagte, Hindernissen, die zur Einfachheit werden, kann man eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen. Begegnet man Hindernissen in solch einer Offenheit, werden die Dinge einfach. Wir brauchen Sie nicht durch das zu verkomplizieren, was unserer Meinung nach geschehen muss oder geschehen sollte, sondern können mit einer gewissen Wertschätzung für das, was Sie sind, an Sie herangehen und Sie als Bestandteil unseres Weges betrachten. Zu viele Aktivitäten vermeiden Die dritte Eigenschaft eines dharmischen Menschen ist sehr interessant. Bei ihr geht es um folgende Vorstellung. Wir brauchen nicht so viel Wirbel zu veranstalten, dass es jede Menge für uns zu tun gibt. Wir können durch Körper, Rede und Geist unser Leben vereinfachen. Wir können mit anderen Worten kritischer sein in Hinblick auf unseren Körper und die Aktivität, der wir uns widmen. Ist sie notwendig? Gut, hilfreich. Erfolgt sie zum richtigen Zeitpunkt? Andernfalls brauchen wir ihr wahrscheinlich nicht nachzugehen. Gewisse Dinge, die Ihnen Energie entziehen und einfach nur nach Gewohnheitsmustern ablaufen, unterlassen Sie also besser. Falls Sie zu exzessiven Trinken neigen und ganze oder halbe Tage brauchen, um sich von Ihrem Kater zu erholen, dann sollten Sie wohl den Alkoholkonsum reduzieren. Oder wenn Sie unter einer Ebay-Online-Sucht leiden und unablässig Ihr Bankkonto überziehen, sollten Sie vielleicht einfach weniger Zeit auf dieser Website zubringen. Sagen lässt sich das sehr leicht. Tatsächlich tun wir uns, wenn es darum geht, mit negativen Gewohnheitsmustern zu brechen, jedoch ganz schön schwer. Uns aus der Anhaftung an die negative Aktivität, der wir nachgehen, zu lösen, kostet Zeit und Energie. Mit der Aussage, wir sollten zu viele Aktivitäten vermeiden, verweist Trungpa Rinpoche auf die Idee, unser Leben dadurch zu vereinfachen, dass wir einen kritischen Blick auf das eigene Handeln werfen. Als nächstes erörtert Trungpa Rinpoche das Element Rede, unsere sprachliche Kommunikation, mit Blick auf die Vermeidung unnötig vieler Aktivitäten. Dazu gehört, dass man weniger nutzloses Geschwätz produziert. Einige der besten Zeiten meines Lebens habe ich damit verbracht, in Schweigeretreats zu meditieren. Und ich muss schon sagen, die Erfahrung, Tage oder Wochen lang zu schweigen, öffnet einem die Augen. Man begreift, wie viel man gewöhnlich redet, ohne dass es irgendeinen Sinn macht. Häufig treffen wir jemanden, kotzen uns verbal richtig aus und laden all unseren emotionalen Müll auf die betreffende Person ab. Eher entziehen wir dadurch viel Energie. Zwar machen wir auf diese Weise eine Art kathartische Erfahrung, die uns allerdings nicht sonderlich viel Auftrieb gibt. Zu viel Aktivität auf der sprachlichen Ebene lässt sich sehr wohl vermeiden. Das setzt voraus, dass wir unsere Worte sorgfältig wählen und uns mit Dingen abgeben, die für uns von Belang sind. Kommunizieren Sie über Dinge, die Ihnen etwas bedeuten, anstatt sich in Klatsch zu ergehen, über andere herzuziehen, die Unwahrheit zu erzählen oder sich in verletzender Weise zu äußern. Sagen Sie, was Sie meinen, aber ohne all den ungefilterten Quatsch, den die meisten von uns als Mittel der Kontaktaufnahme anbieten. Zu viel Aktivität im Hinblick auf den Geist können wir vermeiden, indem wir die Ablenkung reduzieren. Der Geist, das werden Sie auf dem Meditationskissen wohl schon selbst erlebt haben, schwirrt oft in der Gegend rum, wie der bereits erwähnte Kolibri. Wir machen uns Gedanken über all die Dinge, die wir brauchen. Brauche ich für die Arbeit ein iPad? Oder vielleicht muss ich mich flachlegen lassen, um mich entspannen zu können? Oder vielleicht würde mir ein paar neue Schuhe das Leben erleichtern? Unentwegt flitzt der Geist auf Suche nach Glück hin und her. In der heutigen Welt gibt es immer etwas Neues zu tun. Wir haben das Internet und mit ihm unermesslich viele Möglichkeiten, anstelle von dem, was wir jetzt gerade tun, etwas anderes zu tun. Infolgedessen verlieren wir uns in all die Dinge, die wir tun, sagen und denken können und erledigen nichts richtig, indem wir ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Der dharmische Mensch sieht, was es damit auf sich hat und reduziert die Aktivität, um für die Dinge, auf die es ankommt, Raum zu schaffen. Gutes Benehmen Nach meinem Gefühl sollte die vierte Eigenschaft eines dharmischen Menschen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Lehren des Buddha zu verkörpern, beinhaltet unter anderem jedenfalls gutes Benehmen. Wenn ich diesen Ausdruck gutes Benehmen verwende, das ist mir klar, könnte ich letzten Endes eine Liste schreiben, in der ich aufführe, was man tun und was man lassen sollte, um ein dharmischer Mensch zu sein. Aber das ist nicht der Punkt. Wenn es bei der Meditationspraxis darum geht, sie selbst zu sein, dann bleibt die Entscheidung darüber, wie gutes Benehmen im konkreten Fall aussehen sollte, ihnen überlassen. Den gemeinsamen Nenner für gutes Benehmen bildet, so hat Trungpa Rinpoche weiter dargelegt, die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten und zugleich anderen von Nutzen zu sein. Das sind die beiden wichtigsten Faktoren. Wie das dann im Einzelnen aussieht, bleibt wie gesagt ihnen überlassen. Beides, an sich selbst zu arbeiten und anderen von Nutzen zu sein, kriegt man nicht so ohne weiteres auf die Reihe, sondern es braucht Zeit. Daher sollten sie nicht meinen, sie müssten dies alle schon hinbekommen haben, bevor sie beginnen, gutes Benehmen an den Tag zu legen. Ebenso gilt, wenn sie anderen von Nutzen sein wollen und ihnen dabei mitunter ein Fehler unterläuft, geht die Welt nicht unter. Aus solchen Situationen lernen sie und sind bestrebt, die gleichen Fehler nicht noch einmal zu begehen. Mit der Zeit gelingt es ihnen immer besser, anderen von Nutzen zu sein. Nun kommt es entscheidend darauf an, in puncto Kultivierung von Achtsamkeit all ihre Handlungen als eine Ausweitung der eigenen Meditationspraxis zu betrachten. Wenn ihnen das gelingt, werden sie für sich selbst, wie auch für die anderen, stets etwas zu einer vorteilhaften Weiterentwicklung beitragen können. Bewusste Ausrichtung auf den Lehrer Sich bewusst auf einen Lehrer auszurichten, ist die fünfte Eigenschaft eines dharmischen Menschen. Für fortgeschrittene buddhistische Praktizierende, die wahrscheinlich einen Lehrer haben, mit dem sie regelmäßig zusammenarbeiten, bedeutet dieser Teil der ganz traditionellen Kagüliste, dass sie in der einen oder anderen Form oder Gestalt stets an diesen Lehrer denken sollten. Für all diejenigen, die noch nicht lange meditieren, bedeutet es, dass sie eine Verbindung zu einem Lehrer bzw. zu einem verwirklichten Menschen oder zu beiden haben sollten. Diese Verbindung inspiriert sie, auch die übrigen Eigenschaften eines dharmischen Menschen zu verwirklichen. Hier kommen wir auf einen wichtigen Punkt. Versucht man eine Meditationspraxis zu entwickeln, sind die Buchlektüre und Meditationssitzungen in den heimischen vier Wänden eine wunderbare Sache. Allerdings ist es sehr hilfreich, eine Gemeinschaft an seiner Seite zu haben, die diese Bestrebungen mitträgt. Darum tun sie gut daran, zu Meditationsgruppen oder buddhistischen Gemeinschaften in der näheren Umgebung Kontakt aufzunehmen. Falls sie nicht recht wissen, wie sie das anstellen sollen, kann ihnen ein Blick ins Internet weiterhelfen. Oder sie können sich mit mir in Verbindung setzen. Versuchen sie außerdem, wenn sie dort mit einem Lehrer oder mit jemandem, der sie zur Meditation anleitet, in Kontakt kommen, zu der betreffenden Person eine Beziehung anzuknüpfen. Sie müssen ihr keine besondere Ehrerbietung erweisen oder sie auf einen Sockel heben. Falls sie allerdings in einem buddhistischen Zentrum jemanden finden, der sich so verhält, wie sie sich verhalten sollten, dann versuchen sie mit der betreffenden Person Zeit zu verbringen. Denn auch sie könnte eine Inspiration für sie sein. Praja Das Sanskrit-Wort Praja kann mit höheres Wissen übersetzt werden. Es beinhaltet, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und nicht länger nur an das zu denken, was sie glücklich machen würde, oder daran, wie die Dinge ihrer Meinung nach sein sollten, sondern einfach bei dem zu sein, was ist. Zugleich schließt Praja die Vorstellung mit ein, dass sie verstehen sollten, wer sie sind. Hier dürfen sie ruhig stolz darauf sein, wenn sie zu einem vertieften Verständnis dieser Unterweisungen gelangen. Sie können den Dharma nutzen, um sich selbst und ihre Welt eingehender zu erkunden. Bei Praja geht es nicht allein darum, auf dem Kissen zu sitzen und zu gucken, was sich an dem Tag in ihrem Geist abspielt. Praja verweist auf die Möglichkeit, mit Nachmeditationssituationen wie zum Beispiel Gesprächen oder Mahlzeiten im Sinn eines dharmischen Menschen umzugehen. Jedes Mal bietet sich ihnen in einer solchen Szenerie die Chance, die Dinge noch weitergehend als das zu erkennen, was sie sind. In jedem dieser Momente können sie ihren urteilenden Geist am Eingang abgeben, nicht länger nur an sich selbst denken und sich einfach auf das einlassen, was tatsächlich gerade vor sich geht. Wenn sie das tun, geht das zeitlich nicht auf Kosten von irgendetwas anderem. Vielmehr ist ihr Geist vom Dharma erfüllt. Gutheit Ihr ganzes Sein wird von einer Haltung der Gutheit erfüllt. Darin besteht die siebte und letzte Eigenschaft eines dharmischen Menschen. Einmal mehr ist es keineswegs so, als hätten sie sich, weil sie zu meditieren begonnen haben, wie durch einen Zauber in einen besseren Menschen verwandelt. Sie sind einfach in höherem Maß sie selbst. Sie sind ein sie, das der gesunden wie der ungesunden Impulse im Geist gleichermaßen gewahr ist und beide mit Gleichmut willkommen heißen kann. Je besser sie mit sich selbst vertraut sind, umso wohler werden sie sich dabei fühlen, wenn sie die eigene Gutheit zutage fördern. Diese Gutheit haben sie durch ihre Meditationspraxis ebenso erfahren, wie durch die nachmeditativen Kontemplationen. Zu wissen, dass sie in grundlegender Weise gut sind, ist die eine. Diese Erfahrung zu kommunizieren allerdings eine andere Sache. Definitiv will ich damit nicht sagen, dass sie Anstalten machen sollten, andere Menschen zu bekehren. Ihnen beispielsweise erzählen, wie sie zur Meditation gefunden haben und um wie viel besser die Betreffenden dastünden, wenn sie es ihnen gleich tun würden. Vielmehr bringen sie bloß auf subtile Weise ihr großes Vertrauen in das, was sie sind, zum Ausdruck, indem sie einfach ein freundlicher, grundanständiger Mensch sind. In gewisser Weise könnte man alle sieben Eigenschaften eines dharmischen Menschen auf diese einfache Formel bringen. Seien sie aufgrund der Tatsache, dass sie nun achtsamer sind und sich mehr in Gewahrsein üben, als es vermutlich ohne Meditation der Fall wäre, einfach ein freundlicher, grundanständiger Mensch. Gelingt ihnen das, sind die Lehren des Buddha, der Dharma, nicht länger etwas von ihnen und ihrem Leben Getrenntes dort draußen. Vielmehr sind sie ein Teil ihres Seins. Wenn sie spüren, dass sie die Welt mit den Augen der Meditation betrachten und diese elementaren Qualitäten zum Ausdruck bringen, dann wissen sie, sie sind ein dharmischer Mensch. Sie haben zugelassen, dass die Praxis sie verändert. Nicht zu einem anderen Menschen gemacht, sondern mehr von dem verwirklicht hat, wer und was sie bereit sind. Nicht zu einem anderen Menschen getrennt, wer und was sie verletzt hat, wer und was sie verletzt hat, wer und was sie verletzt hat, wer und was sie verletzt hat. Und dann können Sie, sie verletzt hat, wer und was sie verletzt hat. Und dann können Sie, sie verletzt hat, wer und was sie verletzt hat.